Wir haben noch an die 40 Gäste hinter der Bühne. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wenn wir Gas geben, dann schaffen wir es. So, legen wir direkt los. Hier ist Michael Bublé. Thank you, Michael Bublé. So, wir müssen weiter Tempo machen. Hier ist Jan Villay. Jan Villay. Hallo. Jan Villay, danke, was geht ab? Jan Villay, danke schön. So, die Zeit läuft uns davon. Wir müssen Gas geben. Hier sind die Skorpions. Die Skorpions. Vielen Dank. Die Skorpions. Mach's gut. Die Skorpions. So, natürlich geht es jetzt weiter mit Tempo, meine Damen und Herren. Hier sind die Superstars der Volksmusik. Wolfgang und Anneliese. Hallo, Wolfgang und Anneliese. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das muss ich ja wirklich sagen. Es ist ja nur die Crème de la Crème hier. Die besten der internationalen Superstars. Und die Anneliese. Hahaha. Servus. Und die Anneliese. Vielen Dank. Tschüss, 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 tschüss. So, die Zeit läuft uns davon. Hier ist The Mad drummer Steve Moore. The Mad drummer10 Steve Moore, BR zusammen aligned. Vielen Dank. Vielen Dank. Steve Moore 10-2-30-7. So, es geht dort gleich weiter. Hier ist Martin Schmaider. Das Menschenleben, das ist Kotz, es geht vorbei, schnell wie ein Frotz. Martin Schneider, vielen Dank. Hier ist Superstar Rihanna. 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 Welcome. Thank you. You look beautiful. You do too. Rihanna, thank you very much. So, zack, 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 wir hängen ein bisschen. Meine Damen und Herren, hier ist Udo Lindenberg. Udo. Hallo Leute. Alles klar? Alles cool. Keine Panik. Alles wunderbar. Ja. Geil hier zu sein. Danke schön. Tschüss Udo Lindenberg meine Damen und Herren. So schnell, schnell, schnell gehts weiter meine Damen und Herren. Hier sind Motorheads. So schnell, schnell, schnell. Hier ist Til Schweiger. Na, ich bin müde, ich geh nach Hause. Viel Schweiger meine Damen und Herren. Ich muss weitergehen meine Damen und Herren, hier ist Howard Carpenter. Hallo again. Dankeschön, Howard Carpenter. So, es muss weitergehen. Hier ist Ricky Martin. Un, dos, tres. Un pasito valante, Maria. Ricky Martin. Thank you very much. Gracias. Ricky Martin. So. Tschüss. So, jetzt kurz durchatmen. Und dann gehts direkt weiter. Zugeschaltet aus Los Angeles ist uns Superstar Tom Cruise. Hallo Tom, wie gehts? Hallo Stefan. Danke. Good. Tom, wie läuft der neuer Film? Excellent. Och, jetzt haben wir uns schon wieder verquatscht. Tschüss Tom. Tschüss Stefan. Goodbye. Tefalto Tai. Vielen Dank nach L.A. Tom Cruise meine Damen und Herren. So, zack zack, dann sind wir noch nicht fertig. Hier ist DJ Erzi. Hallo, Herrzi. Hallo. Hey, hey, Baby. Hu-ha. Guten Tag, Herrzi. Danke schön. So, jetzt aber schnell. Wir müssen nämlich noch kochen. Hier ist die Küche. Schnell rein damit. Und dann darf mich hören. Hier ist Johann Lahrer. Johann Lahrer. Johann, ach, was haben wir denn da Leckeres? Und? Lecker. Ah, Johann Lahrer. Verdammt schön. So, wir haben keine Zeit. Hier ist David Hasselhoff. David Hasselhoff, mein Damen und Herren. Dankeschön. David Hasselhoff. So, wir müssen weiter machen. Es geht direkt weiter. Hier ist Vicky Leandros. Vicky Leandros. Theo. Vicky Leandros. Dankeschön. Vicky Leandros. Dankeschön, Vicky Leandros. Danke schön, Vicky Leandros. Hier ist Dave Garan von The Fashion Show. Dave Garan. Das hier ist das neue Album Hourglass. So jetzt geht es weiter hier ist herbert grönemeyer und der mensch ist mensch So wir müssen weiter Gas geben hier ist Bully meine Damen und Herren Bully was gibt es neues? Nix Bully meine Damen und Herren Vielen Dank So und stell weiter uns läuft die Zeit davon hier sind schon die nächsten die Flippers Die Flippers wie lang die Flippers Die Flippers hier das ist das neue Album von den Flippers So hier sind Winkel und Klaus Na dann bis nächste Woche Einen Applaus So es geht direkt weiter hier ist Hela von Sinnen So wir haben noch so viel vor hier ist René Marek und sein Maulwurf So das geht direkt weiter mit dem Wendler und sie liebt den DJ Sie liebt den DJ Der Wendler meine Damen und Herren Hier wir aktuelle CD Jack von live alles drauf So wir müssen weitermachen Jetzt kriegen wir nicht alle durch meine Damen und Herren Hier sind wir aus Marzahn Hallo Juri Hallo ich wollte Britney grüßen Danke Cindy aus Marzahn meine Damen und Herren Hier ist Peter Kraus A one, a two, a three, a four, super baby Peter Kraus vielen Dank Peter Kraus So flink flink gehts weiter Jetzt bei uns Peter von Tees Yeah yeah Kim Ich bin Kim Der Ich bin Ich bin der So, das muss direkt weitergehen. Hier sind die Wildecker Herzgruben. Die Wildecker Herzgruben. Dankeschön. So, und weiter geht's. Hier sind Sido und Puschido. Hallo. Hallo. Ach Leute, jetzt haben wir uns wieder verquatscht. Sido und Puschido, Dankeschön. So, und jetzt geht's wieder blamieren oder kassieren. Hier ist Elton. Hallo Köln. So, heute spielen wir gegen Maik. Maik, wo ist er? Komm her, komm her. Hallo Maik. Wie alt, was machst du? Ja, ist egal, wir haben eh keine Zeit. Wir kommen gleich zu Frage Nummer eins. Wir haben auch weitere fünf. Grönland gehört zu welchem Staat? Dänemark. Richtig. Frage zwei. Der dritte Bundespräsident der Bundesrepublik? Gustav Heinemann. Richtig. Frage drei. Was ist die vierte Wurzel aus zwei hoch fünf? 2,378. Richtig. Frage vier. Leonardo DiCaprio. Frage fünf. Der Knorrhahn ist was für ein Tier? Ein Fisch? Ja, alles richtig. Solutionell. 500 Euro. Dankeschön. Danke, Maik. Guten Tag. Danke, danke, danke. Wir müssen weiter machen. Komm, weiter, weiter. Okay. So, so schaffen wir das nicht. Wir müssen Gas geben, meine Damen und Herren. Hier ist Nora Jones. Nora Jones, meine Damen und Herren. Thank you very much. Thank you very much. Nora Jones. So, es muss weitergehen. Komm, schnell, 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 schnell. So, jetzt ganz schnell umbauen. Fertig. Hier sind die Nächsten. Hier sind die Toten Hosen. Wo, 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 yeah, 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 yeah. Die Toten Hosen, Dankeschön. Hier sind die Geissens. fehlte nicht noch einer. Robert! Fehlte nicht noch einer? Robert! Robert und Robert Geiss. Hallo, vielen Dank. Tschüss, Robert. So, es muss weitergehen. Hier ist Nelly Furtado! Hello! 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 Forza! Nelly Furtado, dankeschön! Nelly Furtado! Boah, jetzt haben wir es gerade geschafft, oder? Herr Raab, ich verbelle nicht jede Art. Es müssen ein paar Besondere sein. Und die haben noch sechs, acht Monate. Und nicht die erste ist auch gleich super. Wie sieht es aus mit dem Frühling? Der bringt ja, in den letzten zwei Wochen ist es ja, also Explosionsartig. Ja, sieht man hier, auch im Korb. Haben Sie gehört, die Wölfe sind zurück? Rotkäppchens Korb ist auch zurück, aber ich bin nicht Rotkäppchen. Ja, also die fehlt noch. Aber ich habe diesen Korb bepflastert, mit ein paar Arten. Ja. Und man sieht, es ist schon richtig gewachsen. Was haben Sie dabei heute hier? Verschiedene Sachen. Ja. Die Einschaltquoten bei Ihrer Sendung gehen rapide in den Ketter, wissen Sie. Wenn Sie da sind, oder? Nein, nein. Jetzt ist die Artikel ein Stück. Nein, nein. Bob Sieπ. Vielen Dank.